Ja, hallo. Willkommen bei dem WordPress-Wolper-Tinger. Untertitel, wie ich JavaScript von PHP ausführen kann. Oder vielleicht auch, warum möchte ich das überhaupt? Warum ist es eine gute Idee? Ich bin Frank, ich mache ganz viel mit WordPress. Den Rest kann man nachlesen. Da müssen wir uns nicht dran lange aufhalten. Als ich die Folien auf der Zugfahrt von der anderen Konferenz, auf der ich in der Woche davor war, mal durchgeguckt hatte, mein Sitznachbar guckte etwas irritiert, anhand dessen, dass ich mir so überlegt hatte, wie wir das hier heute aufziehen wollen. So ganz kurz, weiß jemand, was ein Wolper-Tinger ist? Genau. Ist so ein Fabelwesen, so ein Mischwesen, wie man es aus schlechten Horrorfilmen her kennt. Die Abbildung hier ist, wie der Herr Dürer aus Nürnberg sich das vorgestellt hat, vor längerer Zeit mal. Gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Nie hat es noch irgendjemand gesehen. Ich wollte eigentlich noch irgendwie so klein aus Stoff haben, aber dann hat der Simon mir auch gesagt, so kleine T-Shirts hat er auch nicht. Also wäre es ja nur ein Wolper-Tinger gewesen und kein WordPress-Wolper-Tinger. Und dann habe ich es auch verpennt einzubestellen. Der Wolper-Tinger ist ein Mischwesen und das traf es eigentlich ganz gut, als ich nach dem Session-Titel gesucht hatte, weil es ja darum geht, PHP und JavaScript zu verbinden. Da haben wir ja auch irgendwie so eine Art Mischwesen, mit dem wir dann da arbeiten können. Wir brauchen dazu ein paar Sachen. Also klar, PHP sollte jeder kennen. Also PHP ist das, wo WordPress drin gebaut ist, wo drin wir uns bewegen, wenn wir WordPress erweitern. Muss ich, glaube ich, nicht groß was zu erzählen. Wem sagt alles V8 was? V8 ist eine JavaScript-Engine. Kommt von Google, ist im Chrome-Browser drinne, kann man aber auch so installieren, dass ich auf Serverseite einer Kommandozeile zum Beispiel JavaScript ausführen kann. Das ist eins der Bestand-Bauteile, die wir benötigen für das, was wir dann vorhaben. Peckel ist eine Erweiterung oder die Code-Library für PHP-Extensions, die in C geschrieben wird. Müssen wir mal in C++? Also im Gegensatz zu Peer, was ja in PHP geschrieben eine Erweiterung beinhaltet. Das sind Dinge, da braucht man in der Regel gut Zugang. Da muss man selber übersetzen und das irgendwie, oder halt ein Hoster, dem man gut zureden kann, dass man da sowas machen möchte. Also das meist, alle Managed-Angebote, die ich persönlich kenne, fallen da zum Beispiel raus. Da kann man irgendwie in der Regel sowas nicht noch installiert kriegen. Also außer man hat vielleicht so den guten Draht zu seinem Hoster mit, mach mal bitte, bitte und für mich. Aber in der Regel schließt sich das mit Managed-System eigentlich aus. Die waren ja jetzt alle nicht sonderlich furchteinflößend, die guten, die wir uns da so auseinandersetzen müssen. Jetzt habe ich hier gerade das Problem, ich sehe nicht die folgende Folie. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Gucken wir mal kurz. Okay, also, warum möchte ich das eigentlich machen? Oder was ist eigentlich der Grundgedanke dabei? Warum will ich denn eigentlich JavaScript machen, wenn ich in PHP programmieren kann auf meiner Server-Seite? Und eine der Gedanken, was wir auch tatsächlich bei einem Projekt mal hatten, vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Also der gute Stesi, der da oben sitzt, ist eigentlich einer der Maintainer von V8JS. der hat mir das ganz für Gute mal nahegebracht beim, wann war das? DevOps-Camp letztes Jahr. Genau, da hat er das mal präsentiert. Und da sind mir dann schlagartig so ein paar Sachen eingefallen, was man da nicht schönes mitmachen könnte. Ab und zu hat man mal, vielleicht nicht jeder von euch, aber der eine oder andere möglicherweise mal so das Verlangen gehabt, es wäre irgendwie schön, wenn ich mal jetzt irgendwie so ein Makro-Skript- irgendwas-Sprache hätte, mit dem meine Benutzer in meiner Seite irgendwie was steuern könnten. Der erste Gedanke ist ja, dann baue ich mir mal was. Ist natürlich immer schlecht, also eigene Sprache noch mit dir zu entwickeln, ist ja irgendwie doch ein bisschen sehr zeitaufwendig und will gepflegt werden und gedebuggt werden und und das naheliegendste, wie gesagt, war mir auch eigentlich so nicht klar, auch erst nach der Session, warum denn nicht JavaScript? Haben wir, können ganz viele, warum soll ich nicht JavaScript nehmen, um es quasi als so eine Art Makro- oder Skript-Sprache innerhalb meiner Webseite zu verwenden, um benutzerdefinierten Code ausführen zu können. Andersrum, PHP kann ich ja nicht nehmen, ich kriege ja, wenn meine Anwender mir PHP-Code liefern, den kriege ich ja nicht sauber gekapselt, dass sie nicht irgendwie mein WordPress komplett kaputt spielen. Also, nicht so ohne, nicht mit vertretbarem Aufwand, sagen wir es mal so. Sicherlich könnte man da was bauen, aber das möchte man eigentlich nicht. Aber wenn wir eine andere Sprache haben, die wir ausführen können, die aber schon ganz viele Leute auch beherrschen, haben wir ja durchaus was gewonnen. Und das Bauen ist auch gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Ich will das jetzt auch gar nicht groß hier zeigen. Es gibt zwei Sachen, die man braucht. Es hat einmal das V8, was man natürlich runterladen kann. Links gibt es dann nochmal extra zusammen mit den Folien alles zum runterladen. Das ist auch vernünftig dokumentiert, wie man das macht, weil man unter Umständen es nicht mit jeder Distribution hinbekommt. Ich habe tatsächlich mal auf einer aktuelleren Ubuntu ernst und echt Schwierigkeiten gehabt. Ich muss aber auch zugeben, ich habe es jetzt schon wieder ein paar Monate nicht versucht, ob das noch so ist. Auf der letzten, auf der vorherigen LTS war das aber ganz problemlos und entsprach wirklich komplett der Dokumentation. Gleiches gilt dann für das V8.js, was die Erweiterung ist, damit PHP, also das ist die PECL-Extension, damit wir PHP dazu bringen können, dass wir dort ein JavaScript-Interpreter zur Verfügung haben auf Server-Seite. Das ist inzwischen auch relativ gut dokumentiert auf der GitHub-Seite, auch die API, wie man da mit dem ganzen Ding reden kann. ist alles ganz hübsch und das V8.js selbst ist dann auch relativ unproblematisch zu bauen. Die gibt es hinterher alles online, ja, natürlich. Im Zweifelsfall bei staude.net auf meiner Seite. Werden ja sonst auch immer noch verlinkt bei den Videos auf WordPress.tv. Es werden ja alle Vorträge hier aufgezeichnet und landen anschließend auf WordPress.tv. Da werden in der Regel dann auch die Folien, wenn sie online sind, von den Speakern mit verlinkt. Ganz wichtig ist natürlich noch in seiner PHP-INI nicht zu vergessen, dann die V8.js-Extension auch zu aktivieren. Sonst hat man sie schlicht nicht zur Verfügung. Und dann haben wir ein interessantes Objekt, das nennt sich V8.js. Das können wir uns holen und da drinnen können wir mal so eben die JavaScript ausführen. So das allereinfachste Beispiel, mit dem man das auch mal testen kann, ist dann so die Execute-String-Methode, wo man die Havascript reinpumpt. Also der Einfachheit halber habe ich jetzt in den Beispielen, die ich hier habe, ist immer nur direkt in der Kommandozeile gemacht und nicht noch ein Screenshot von einem Browser. Wäre wieder größer geworden, hätte mehr Platz weggenommen. Funktioniert aber natürlich dann genauso. PHP ist dann. PHP an der Stelle. Problem, oder was passiert denn aber dann, wenn ich jetzt im JavaScript Fehler habe? Gott sei Dank wirft die VRJS-Extension in dem Fall der Exception, die wir abfangen können, die wir auch abfangen müssen, sonst haben wir ein ernsthaftes Problem. Und wenn der Grundgedanke ist, warum ich das machen möchte, heißt das ja, ich kriege fremden Code, den ich ausführen möchte. Also das ist, wo ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, hat immer die Intention gewesen, ich möchte im Prinzip benutzerdefinierten Code in meiner Umgebung ausführen. Das heißt, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er sauber ist, ich kann mich auch nicht darauf verlassen, dass er keine Fehler enthält, also muss ich zwingend sowas abfangen. Zum Glück kann ich das alles abfangen. Und was noch viel wichtiger ist, ich möchte mir fremden, mir unbekannten Code ausführen. Ich kann ihn einschränken. Achso, jetzt habe ich eine Folie übersprungen. Also erstmal hier nochmal das Beispiel, um entsprechend die Exception im Fehlerfall abzufangen. Also hier gebe ich jetzt nur die Message aus, im Klartext. Ich kann natürlich dann über das Catch auf die sonstigen Informationen des Fehlers zugreifen. So, bei der Überlegung, ich möchte fremden, mir unbekannten Code ausführen, gibt es zwei Dinge, die mich natürlich am meisten interessieren. Nämlich, was macht das mit meinen Ressourcen? Nämlich, was macht das mit meinem Speicher und was macht das eigentlich mit meiner Laufzeit? und zum Glück kann ich dem JavaScript an der Stelle für beides jeweils Timeouts mitgeben. Also wir haben hier ein Beispiel, wo ich mal einen Timeout auf 500 Millisekunden setze und im Prinzip im JavaScript versuche, dann eine Endlosschleife auszuführen, wie mir dann nach 500 Millisekunden mit einer Exception abgebrochen wird. Dem Code ist jedem soweit klar, sonst einfach reingrätschen an der Stelle. Ja, es ist alles, soll ja nur mal so zum Anfüttern sein, dass es so was gibt, was man da vielleicht mitmachen kann. Gleiches gilt für den Speicherbedarf. Also hier mal ein Beispiel, wo ich einfach auf 100.000 Bytes das Memory Limit gesetzt habe und versuche, den Speicher zu füllen. auch dort wird abgebrochen. Also die beiden wichtigsten Sachen, einen Hauptspeicher und meine CPU-Zeit, habe ich soweit unter Kontrolle, dass ich im Zweifelsfall den Fremdcode abbrechen kann, wenn mein Kunde, Benutzer, wer auch immer, je nach der Frage des Kontextes, sowas da reinmacht oder halt Fehler baut, aus Versehen meine Endlosschleife gebaut hat, die unendlich läuft und auch noch viel Speicher. Es ist höchst nur interessant zu sehen, was zuerst greift. Das Speicherlimit oder das Zeitlimit vielleicht. Schüttelt gut, dass ich jetzt JavaScript ausführen kann, aber was nützt mir der? Also ich muss irgendwie auf meine Umgebung zugreifen können. Also in unserem Fall wäre es halt ein WordPress zum Beispiel und muss also es schaffen, quasi Teile meiner Umgebung, Teile meiner Plugin-AP oder welchen Bereich auch immer ich jetzt quasi skriptbar machen möchte. den muss ich nun dem JavaScript zur Verfügung bestellen, damit ich es von dort aus benutzen kann. Und da kann man zum Beispiel hier mit Add diesem Java Script Objekt eine PHP-Funktion hinzufügen, die ich anschließend im JavaScript-Code ausführen kann. Also standardmäßig ist das im JavaScript dann dieses PHP-Objekt. Das kann man auch unbedingt das darf auch anders heißen. Das ist einer der Konstruktor-Parameter von dem v8.js. Also ich kann die Sache anders sagen, PHP. Add meint in dem Fall also die Funktion, die da oben in Zeile 4 in PHP definiert wurde, die führe ich aber in dem Fall vom JavaScript aus aus. Und wie man sieht unten an der Konsolenausgabe scheint das ja auch zu funktionieren. Gleiches geht natürlich dann auch mit Klassen. Da ist dann nur der Beispiel-Code so erstmal ein kleines bisschen länger. also ich mache halt im PHP eine Klasse, gebe dir noch eine Methode mit, sage dann in der Zeile 13 ist das wie das quasi die wie diese PHP-Klasse dann im JavaScript heißen soll, damit ich auf sie zugreifen kann und habe dann halt im JavaScript so ein Konstrukt Default Name für das PHP-Objekt, also PHP-Punkt Klassenname, Punkt eine Variable beziehungsweise die Methode, die ich aufrufe. Das wäre so die grobe Einführung, wie ich das überhaupt machen kann. Jetzt habe ich das Problem, dass das, was ich tatsächlich real gebaut habe, ich leider nicht zeigen darf. Ist manchmal so bei Projekten. Ich würde aber viel lieber eigentlich mal mich mit der Runde hier auch austauschen, was ihr euch vorstellen könntet für Anwendungsszenarien. Mir persönlich fällt nicht so wahnsinnig viel ein, also genau genommen sind mir bis jetzt zwei eingefallen. Wie gesagt, ich fand die Technik total spannend, als ich sie demonstriert bekommen habe. Ich habe auch zwei Szenarien, die kann ich nicht gleich beschreiben kann, auch für mich so identifiziert und ich würde mich sehr gerne mit euch jetzt auch nochmal austauschen, ob euch noch andere Sachen dazu einfallen. Also Szenario eins wäre für mich etwas, wo einfach ein Konfigurations Unterface unglaublich komplex wäre, also mit Hunderten oder Aberhunderten von Schaltern und Checkboxen und Radio-Buttons und so ein Zeugs wo man sich was zusammenklicken kann, dass man das alternativ quasi sich zusammenprogrammieren kann als Anwender, ob das nur eine Einstellung im Backend ist, wie WordPress aussieht oder komplexere Einstellungen von irgendeiner Art von Plugin. Also wo es einfach ein Interface unglaublich kompliziert wäre, wo es für die Leute, die programmieren können, wesentlich einfacher wäre, sich ihre Einstellung quasi per JavaScript zusammenzubauen. Das andere, wo wir es auch tatsächlich mal benutzt haben, wäre Import von Sachen. Wir haben, mal überlegen, wie viel kann ich denn sagen. Es gibt ein Projekt, da werden Benutzerdaten importiert und diese Benutzer, also es sind große Mengen an Benutzerdaten, die da reinkommen und sie kommen von unterschiedlichen Anwendern oder Mandanten, wie immer man das nennen mag. Also ich habe unterschiedliche WordPress-Benutzer, die ihrerseits User-Daten importieren möchten, wo wir nicht möchten, dass für jeden unserer Kunden die Anfrage kommt mit, ja wir haben zwei Daten, aber die passen nicht in das Format, wie ihr es haben möchtet. Passt das mal an oder passt mal euren Import an. Gleichzeitig haben die nicht unbedingt jemanden, der es programmieren kann oder sie haben Exporte, die sie nicht verändern können in ihrer Software, die den Export erstellt. Was aber geht, dass man sagt, ja wir stellen euch über eine Schnittstelle zur Verfügung, die wir quasi als Callback für jeden Datensatz beim Import aufrufen und da könnt ihr doch mal JavaScript-Code reinhängen. Und quasi das, was wir von euch bekommen, könnt JavaScript-Code, für den ihr euch einen Programmierer soht, auf unserem Server nochmal eure Daten verändern, bevor wir sie anschließend übernehmen und tatsächlich zum Beispiel in die Datenbank importieren. Also das sind so die zwei Szenarien, die mir tatsächlich real eingefallen sind. Ich habe auch lange überlegt, ob ich ein Beispiel-Plugin bauen kann. Diese waren mir aber alle dann letzten Endes zu trivial, die mir eingefallen sind, weil irgendwie so sagt, mit per JavaScript-Code fürs Backend meine Hintergrundfarbe umstellen, nur dass man, ja, hat mich dann auch nicht so ganz überzeugt. Also wenn da jemand noch eine Idee hätte, was man da zum Beispiel als einfaches Demo-Plugin mal bauen könnte, bitte gerne, gerne mal Bescheid sagen. Denke ich schon länger drüber nach. Würde ich auch gerne mal bauen, dass man das auch mal ins Repository kriegt, dass man da eine gute, einfache Einführung hat. Eine von euch denn Ideen oder Vorstellungen, wo man sowas machen könnte? Ich habe keine Bilderfunktion. Ich habe zum Beispiel einen Bilder, und das ist auch gut von aus dem Teil über Daten, die ich hier ganz gut habe, auch gemacht. Ohne das, dass man wirklich auch die Aufregung mit der Reihe zu festen, die mechanische Klu, kann dann eine Bilder benutzen, und das kann dann auch ganz gut sein. Das kann so wie jetzt. Ich habe nur wer mal für eine Bilderfunktion oder auf den Kopf gegangen eigentlich, oder du musst das komplett wiederholen? Ich muss das komplett wiederholen. Oh mein Gott, das kriege ich doch nicht mehr zusammen. Also Zusammenfassung war, warum machst du es nicht über Hooks und Filter? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ich glaube, ich kann es einfach zusammenfassen, ich kann einfach Werker für Vorfunktion oder einfach für Bilder. Also du meinst ein Filter, der es quasi dann bereitstellt, damit ich mich per JavaScript dranhängen kann? Oder wolltest du jetzt komplett auf das JavaScript verzichten? Nein, wenn ich im JavaScript bin, kann es ja nicht die ganze Filter komplett verwertet werden. Achso, so rum. Ja, so kann es schon ohne wirklich quasi einen kompletten Active hingefressen über Ajax nach der Version machen. Ja, ja. Genau, also nochmal Zusammenfassung für die Aufnahme. Jetzt habe ich es verstanden. Vorteil wäre, dass man nicht bei JavaScript Code, den man hätte, nicht per Ajax das hinschicken müsste, um es dadurch WordPress-Filter zu jagen und es wieder zurückzuholen. Funktioniert aber natürlich nur, wenn ich den JavaScript-Code auf Serverseite habe und ich nicht erst noch im Client irgendwas zusammenbasteln muss. Aber ja, hintenrum den JavaScript-Code dadurch quasi über einen Filter durchzujagen, wäre eine Anwendung dafür. Ja, durchaus. kann ich zusammenbasteln. Aber ich habe es nur kurz stand, ich weiß die Anwendung, da steht, kommt so an, ich mag die Anwendung. Irgendwann, ich wollte nur sagen, das ist ja nicht so unendlich. Ich kann immer mal die Anwendung. Ja, völlig richtig. Haben wir hier eigentlich ein Saal-Mikro? Das ist ja blöd. Ja, kriegen wir auch alles irgendwie hin. Andere Ideen oder Fragen? Also, die Frage ist, wie kriege ich eigentlich mal ein JavaScript-Code? In dem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass es einfach ein Textfeld gab beziehungsweise ein File-Upload, wo die überlegen Anwender ihre Datei halt hochladen können. Also, ja, ich muss es halt irgendwie übertragen auf den Server und es da irgendwo als File oder in der Datenbank gespeichert haben. Also, ich brauche es auf Server-Seite dann, damit ich es da dann ausführen kann. Ja. Das war's jetzt mit Baukasten, dass ich mir irgendwo einen JavaScript-Baukasten irgendwo im Netz habe, mir da was JavaScript-mäßiges zusammenklicke. Also, das funktioniert nur begrenzt. Ich habe, du hast natürlich, der JavaScript wird ja auf Server-Seite ausgeführt. Im Kontext des PHP-Prozesses. Du hast natürlich jetzt keine Zugriff auf irgendwelche browserspezifischen Sachen. Ja gut, ich könnte natürlich den JavaScript-Code an den Server schicken, um ihn da ausführen zu lassen, wenn mir dann gerade nicht ganz klar ist, was du dann gewonnen hast. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist auch kein JavaScript-Code, weil wir das nicht und kein JavaScript-Code aber die beiden, die ich genannt hatte, konntest du schon nachvollziehen oder selbst die nicht? Also, das ist sicherlich nicht etwas, wo man permanent für eine Anwendung hat. Da bin ich mir ganz sicher, ja. Aber wie gesagt, es gibt durchaus Fälle. Ich hatte jetzt tatsächlich einen, wobei ich ihn im Prinzip erst hatte, als ich vorher die Lösung kannte, stand dank Stesi. Aber wie ich das verstanden habe, macht ihr das ja im großen Stil, oder? Ja. 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 Okay, hier ist die kurze Zusammenfassung für das Video. Ja, ihr benutzt es auch für Daten im größeren Stil, aber nicht im WordPress-Kontext. Und du hast schon viele tolle Sachen gesehen, die sowas auch nutzen, zum Beispiel React-Anwendungen, um JavaScript-Code auf Serverseite vorzubereiten, bevor man ihn auf langsame Clients ausliefert. So weit okay von der Zusammenfassung? Andere Ideen oder Vorschläge? Wünsche. Oh weh. Ich sehe schon, Denksportaufgabe. Wie viel Zeit haben wir denn noch zum Denken? Passt nicht. Geht schon noch. Geht noch, ne? Ja, also ich hätte jetzt gerne was aus dem Hut gezaubert, hat leider nicht mehr so ganz geklappt. Wie gesagt, ich tue mich da auch äußerst schwer, wirklich mal ein brauchbares Beispiel Plaket vorzubereiten. Aber es steht nach wie vor auf der Liste, weil ich das auch gerne mal hätte. Ich sehe schon, ihr müsst alle nochmal drüber nachdenken, wo man sowas seltsames, abgefahrenes wirklich benutzen kann. Ja, also wenn jetzt keiner mehr eine Idee hat, dann würde ich sagen, vorgezogene Kaffeepause. Oder wir kommen nochmal so im Kleinen direkt ins Gespräch, was man da mal machen kann. Und dann vielleicht, ja, vielleicht, mal gucken, im Herbst in Frankfurt, vielleicht hat da ja dann einer eine konkrete Idee. Okay, da ist noch eine Meldung. Bitte? Jitsaw? Jitsaw? Sagt mir gar nichts. Herr Pervor? Ja? Ja? Ja, gerne. Nein, sagt mir überhaupt nichts. Können wir ja sonst nachher vielleicht nochmal kurz, darfst du es mir gerne mal kurz zeigen. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir treffen uns alle im Herbst beim WordCamp Frankfurt wieder und dann gucken wir mal, wer die beste Demo-Anwendung hat. Wie wäre das denn? Dann machen wir da irgendwie so eine Meta-Session mit JS8-Debo-Time. Reiche ich auch allen bei, bei Simon? Wer macht mit? Ne gut, jetzt im Ernst. Dann hoffe ich, dass ich euch vielleicht nochmal einen Denkanstoß geben konnte. Vielleicht fällt euch ja tatsächlich nochmal auch eine Nutzung ein. Wir haben ja schon gedacht, dass dann noch keiner wirklich was mitgemacht hat. Ich darf auch mal abgesehen. Deshalb wollte ich da jetzt auch nicht zu tief. Man hätte natürlich noch einen ganzen Sack voll an Demos dann nochmal zeigen können, aber letzten Endes auch immer nur ein Source-Code, der auf dem Beamer steht. Ich gebe mir Mühe, dass ich fürs nächste Mal wirklich mal irgendeine Art von Plug-In gefunden habe. Aber es würde mich sehr freuen, wenn auch jemand anderes wirklich vielleicht tatsächlich auch mal was macht und sich da auch mal austauschen kann. Ansonsten reicht es mir, wenn ich euch einen Denkansatz mitgegeben habe, dass man sowas auch machen kann. Dann entlasse ich euch jetzt verfrüht zum Kaffee.